Der Weg in der Stücke. Wollt ihr es sagen? Mach ruhig langsam hier. Schmeckt langsam und hält gut. An deinem Bein kommt es einmal zufrieden. Hinter dem Bein, hinter dem Bein. Super. Bravo, Fettel. Ja, gut. Das war gut. Bravo, und Feuer. Super. Super. Ich versuche euch jetzt die zu geben, die ihr nur Barehanded bringen könnt. Schnappt euch die Barehanded und dann wird sofort gefeuert. Raut euch ruhig, schmeißt ihn weg. Schnell den Ball bekommen, schnell den Ball loswerden. Bei Barehanded, ich dreh die jetzt mal so an. Jetzt ist es, ihr müsst wieder den so fangen, ihr fangt ja Barehanded. Ist egal, da habt ihr ihn sofort. Bei der linken Hand, wenn ihr mit der linken mit der Fangenhand fängt, dann habt ihr den Transfer. Deshalb müsst ihr den so fangen. Dann habt ihr den Transfer. Eins, zwei, Feuer. Wenn ihr Barehanded, ja? Das sind ja solche, die dupfen, die Barehanded. Sonst kannst du ihn ja so fangen. Welche, die so irgendwie verspringen. Den holst du dir ran und dann hängst du ihn und genauso. Flinke Bein, Kicken. macht es for für eine kommende Stmee. Villerehtalые. numéro wirklich. Schnellen überveh거든. Bis jetzt ab 그래서 es braucht. L stuk, durst du dich. Aufifyst zu tiefsten. Übern sie mitmachen, er ist ein Kollege an einんでutig. Ich stelle dich in der Halle zu machen. Ich mache das jetzt mit der Hand. Wir machen drei Gruppen, damit es schneller geht. Immer zwei Stellen zusammen. Dino stelle ich an die blaue Linie. Wir fangen jetzt an, Sternschritt. Line Drive, Bullet, One Hopper. Auf deiner Vorhand. Weißen. Das habt ihr schon oft gesehen. So richtig harte Schüsse. Ein Hopper, zwei Hopper. Da habt ihr gut Zeit. Könnt ihn so rein sehen. So ein langer Hopp. Bam. Rum. Feuer. Okay, nochmal. Guck mal. Passt doch auf. Wir haben jetzt wieder. Wir haben jetzt mal wieder. Wir haben jetzt mal wieder. Wir haben jetzt mal wieder. Wir müssen versuchen, weil das jetzt zurück geht. Das ist genau die, die man dann nicht kriegt. Wir müssen echt richtig zurück gehen. Mach mal vorsichtig. So zurück und dann so zurück, so zurück und so zurück. Auf einmal in einer Linie und oben zurück. Ja, auf geht's. Genau. Genau.